Ah, hallo Claude! Lust auf einen Kaffee? Äh, nein. Claude! Oh, Claude! Der hat mir gerade noch gefehlt. Unsere Schwiegersöhne, sie treten einem überall auf die Füße. Du wolltest doch, dass ihr in unserer Nähe wohnt schon. Mag ja sein, aber jetzt reicht's. Äh, vergiss nicht, dir den 17. Juni abends freizuhalten. Ach ja? Ich spiele Jesus. Du? Ja. Aber Jesus war doch nicht. Sind sie nicht süß, die beiden? Wie lange sind sie verheiratet? Es werden jetzt bald... 40 Jahre am 18. Juni. Das wäre eine sehr gute Gelegenheit für ein Treffen der gesamten Familie. Was heißt mit allen Familien? Na ja, eure. Das wird ein Gemetzel. Hallo? Ah, David, dein Vater treibt mich in den Wahnsinn. Lass los, lass los, lass los. Wir kommen nicht nach Frankreich, nein, nein. Die Tür war schon. Die hat doch fünf Betruller. Du hast meine Eltern angerufen? So eine kleine Jam-Session auf der Feier wäre doch hübsch. Have a love, why baby, we're a brother, have a love. Nur noch zehn Minuten. Katastrophe. Lass mich jetzt nicht rein. Die Chinesen haben unser Zimmer. Wir haben die Zimmer per Los verteilt und du und Mama schlaft in der Jurte. Was? Das ist doch wunderbar. Ruhe, geh zurück in eine Jurte. Gefällt es euch? Ganz gut. Aber kein Vergleich zu Jerusalem. Der Spaß ist jetzt endgültig vorbei. Ein ganzer Haufen an Sozialfällen dank unserer Schwiegersöhne. Nein, 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 nein. Was haben wir dem lieben Gott nur angetan? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob es die Bilder oder die Radieschen sind, aber mir ist übel. Normalerweise macht er das nie. Das muss am Bild liegen. Das muss am против. Der Spaß wird der Schwiegersen. Das muss am Tod. Das muss am vom Wettbewerb. Dass wir jetzt sagen, ob wir gern, sie sind. Das muss am郵aid machen. Ich weiß nicht, dass ist sein. Das muss am Rettbewerb. Die Schwiegersen. Das muss alle, es sind ja schon. Irgendwerb. Wir haben das.